1924 formulierte der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer den Gründungsauftrag der Köln-Messe. Obwohl die Rede nur schriftlich erhalten blieb, können wir heute mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erlebbar machen, was Adenauers Vision für die Köln-Messe war und bis heute ist. Wenn die Kölner Messe zu einer Verständigung zwischen Deutschland und den übrigen westeuropäischen Ländern zunächst auf wirtschaftlichen Gebieten mit beitrüge, wenn sie dadurch Mitschüfe an der größten Aufgabe, die es heute für jeden Menschen nur geben darf, der Herbeiführung eines dauernden wahrhaften Friedens in Europa, dann würde das der größte Erfolg der Kölner Messe sein. Seitdem besuchen Menschen aus aller Welt den Kölner Messeplatz zum friedlichen wirtschaftlichen Austausch. Nach dem Zweiten Weltkrieg entsteht mitten in Köln im Herzen der europäischen Wirtschaftsregion eines der größten Messegelände der Welt. Zentrumsnah vis-à-vis des Doms stehen die Menschen und ihre persönliche Begegnung im Mittelpunkt. Dabei entwickelt die Messe aus ihrer historischen Basis Kompetenzfelder, die neben dem klassischen Präsentieren von Waren und Dienstleistungen wichtige Fragestellungen der Branchen ganzheitlich, nachhaltig und zukunftsorientiert lösen. Besucherinnen und Besucher finden hier branchenübergreifend Antworten auf Fragen wie Wie ernähren wir die Welt von morgen? Wie sehen Lebens- und Arbeitswelten in der Zukunft aus? Und welche Rolle spielt die Digitalisierung im privaten und beruflichen Alltag? Größe und Flexibilität des Messegeländes ermöglichen es, parallel wichtige Branchen zu verknüpfen. Dabei gilt die Welt zu Gast in Köln, genauso wie die Köln-Messe als Gastgeber in der Welt. Die wichtigen Themen des Messeportfolios machen nicht Halt an den Toren Kölns. Vielmehr bildet das gewachsene Know-how der Köln-Messe die Grundlage für Auslandsmessen, von Europa und dem Nahen Osten bis nach Asien und Südamerika. Der stete Wandel der Zeit verändert auch das Messegeschäft. Die fortschreitende Digitalisierung stellt die Messe im 21. Jahrhundert von neuen Herausforderungen, bietet aber auch neue Chancen für zusätzliche Verbindungen über den physischen Messekontakt hinaus. Die Köln-Messe wandelt sich von der reinen Produktschau hin zum Forum, auf dem Themen ganzheitlich gedacht und entwickelt werden. Der Fokus liegt dabei auf dem direkten Austausch von Menschen. Diesem Gedanken trägt auch die jüngste Ausbaustufe des Messegeländes Rechnung. Mit dem Confex unterstreicht die Köln-Messe die Bedeutung der Content-Vermittlung, sowohl durch Kongresse und Konferenzen während der Messe als auch durch eigene Formate. So stehen mehr denn je die Menschen und ihr direkter kommunikativer Austausch im Mittelpunkt. Ein Kreislauf, der noch heute Adenauers Gründungsgedanken erlebbar macht. Internationale Handelsbeziehungen und die Wirtschaft als Motor für den Weltfrieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017